Warum Marketing auf Facebook? Wenn Sie mich fragen, dann stellt sich diese Frage gar nicht. Facebook ist de facto zur digitalen Variante der analogen Welt geworden. Die schiere Masse an Nutzern und der Fakt, dass selbst meine Mutter auf Facebook ist, ist ein Beleg für diese Aussage. Da können auch Dutzende Artikel veröffentlicht werden, in denen beschrieben wird, dass der Wachstum sich verlangsamt und junge Leute auf anderen Plattformen aktiver sind. Und das stimmt auch. Weil der Wachstum verlangsamt sich naturgemäß und auch junge Leute werden woanders aktiver sein. Es ändert trotzdem nichts an den Fakten, dass Sie auf keiner anderen Plattform so viele Menschen so zielgerichtet erreichen werden. Punkt. Lassen Sie sich also nicht scheu machen und ignorieren Sie auch die halbjahresmäßigen Ich-verlasse-Facebook-Nachrichten, wenn sich wieder einmal die Nutzungsbedingungen geändert haben. Egal ob es richtig oder falsch ist, die Leute kehren zurück, beziehungsweise selbst wenn einmal die Leute sich von Facebook sogar in Mengen abwenden, dann wird dieses nicht von heute auf morgen passieren. Daher nutzen Sie diese Marketingmöglichkeit aus, denn ich sage meinen Kunden generell, wenn Sie nur Zeit und Geld haben, um einen einzelnen Dienst aktiv zu betreuen und im Marketing einzusetzen, dann müssen Sie Facebook machen. und dann müssen Sie sich auch auf jeden Fall auf einmal 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 Vielen Dank.